Hi, hier ist Philipp von BasicTutorials.de und ihr hört und seht mich gerade über die Akaso Brave 8 Action Kamera. Ich mache hier mal ein kleines Video mit aktivierter normaler Bildstabilisierung, damit man sich ein bisschen ein Bild von der Videoqualität machen kann. Ja, die Akaso Brave 8 nimmt Videos in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf, dann allerdings nur ohne Bildstabilisierung bzw. mit Super Smooth Image Stabilization, die allerdings nicht direkt in der Kamera erfolgt, sondern am Smartphone mit Hilfe der App.